Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bordel. Bordel. Jetzt habe ich da irgendwie gerade richtig komisch ausgesprochen, aber egal. Ich bin aber immer noch hier dran, aber ich habe immer noch... Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, das ist richtig... Ja. Gott, das sah schwieriger aus als es ist. Das war richtig banal. Wieder ein Siegesauber. Oh, es geht weiter. Okay. Okay. Wir müssen jetzt... Wir müssen erst mal hier was machen. Erst mal hier die Kamera zerstört. Wichtiger Testapparat zerstört. Warte, 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 warte. Orange ist da. Ich schätze mal, da müssen wir immer hier. Ah, ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen halt im Flug müssen und das Portal noch umsetzen. Du Scheiße. Okay. Ja, das war ja jetzt... Das war ja jetzt schon fast schlecht. Ah, ich kriege es noch hin. Ah, ich kriege es noch hin. Arbeit. Ah, sehr schön. Okay, jetzt können wir... Okay. Okay. Okay, jetzt sind wir hier drüben. Wir müssen das einfach so machen. Seht gut aus. Okay, über die Hitbox stelle ich jetzt mal keine Frage. Wenn wir jetzt einfach zurück wollen. Einfach so. Ah, das sieht gut aus. Warte, das kann man... Muss ich mir da nicht noch was machen. Ach so. Das fährt andersrum und wir müssen jetzt mit den Portal hier durchkommen. Ist ja arschig gemacht. wow! Okay. Okay, okay. Wussten Sie, dass Sie die Mädchenselbstwert von Aperture Science eines oder alle ihre Organe spenden können? Ganz recht. Äh, ich wollte aber keine Organe spenden. Da hatte ich aber ganz später hier den anderen Schalter gesehen, dass da zwei Wände sind, aber okay. Fand ich ein cooles Rätsel. War mal größer. Da haben wir jetzt mit der letzten Folge in dieser 14 Minuten-Durchland gesessen. War richtig cool. Kann man mal machen. Ey, aber wir haben bald einfach mal schon alle Kammern durch. Das kannst doch nicht sein, dass das Spiel nur so kurz ist. Oh, da bin ich einfach nur zu gut dafür. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Was? Okay, wird eine Schaf geschossen. Hallo? Okay, also hier müssen wir eindeutig ruhig angehen, logisch denken und bloß hoffen, dass diese kleinen weißen Viecher uns nicht die Rübe zerschießen. Bitte lass mich runter. Okay. ok nein 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 britischer Fehler What the fck Aktiviert Was ist das? The cake is a lie Hello, can I help you? The cake is a lie Welch? Saucen? Hat hier jemanden? Das ist das Was ist das hier? Hilfe! Help! A trusted friend in science? The cake is a lie Hier stimmt doch etwas überhaupt nicht Da bist du! Sie verloren Meine Frage Okay, da ist noch einer Wer auch immer hier war Er hat uns auf jeden Fall damit verdammt weiter geholfen Ich weiß ja nur nicht was das ganze The cake is a lie ist Aber ich versuche jetzt mal etwas Der wir Schützt Ich Und Und Ich Ich kann die aber nicht erschließen, oder? Okay. Okay, da-da-da-da-da. Okay, und jetzt werden wir ganz... ...vorher. Da zum... Noch jemand da? Zielfunktion. Ich bin dir nicht böse. Okay, jetzt sollten wir es geschafft haben. Oh, doch nicht! Und Schiss mit dir, Junge! Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androiden-Hölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Boah, da musste ich jetzt erstmal einen Schluck nehmen. Alter, was war denn das?! Okay. Wir wollen also... Wir sollen los... Ähm, wir sollen weg... Ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen die Worte. Sie wollen, glaube ich, nicht mehr wiedersehen, diese Tester. Wären hier wirklich normale Tester gewesen, die einfach nur so ein bisschen Intelligenz, sag ich mal, oder die das logische Denken testen wollen von Menschen. Die wären niemals auf so eine Teststrecke gekommen oder hätten nie im Leben dafür gesorgt, dass jemand da reinkommt. Boah, ich muss mich jetzt erstmal von dem Schock erholen, aber wir sind jetzt noch bei zwölf Minuten. Ich würde sagen, langsam merkt man, dass es schwieriger wird, aber auch größer. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung und Kritik, alles in die Kommentare. Junge, Junge, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Tschüss!